Gut, wir haben hier Karten, guckst du Marlene, auf die Karten, von 1 bis 10. Wir spielen ein Spiel, das ist ähnlich wie Abräumen, es nennt sich Esel. Normalerweise spielt man das mit einem Skatblatt, 7, 8, 9, 10, Wobe, Dame, König, Ast. Aber wir spielen das jetzt mit den, die Gretto-Karten. Ich mische die durch und dann verteilen wir die und jeder kriegt von uns die Hälfte von den Karten. So, und wenn das bis 10 geht und jedes 4 mal drin ist, dann müssten das 40 Karten sein, dann kriegt jeder 20. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Und eine Karte kommt in die Mitte, die legst du jetzt so vor dir hin, so als Stapel. Ja, und das hier ist die Mitte und das hier ist mein Stapel. Und die erste Karte drehst du auf und legst sie auch vor dir hin. Die Mitte geht immer vor, hier kann immer der Vorgänger oder der Nachgänger drauf. Und du darfst immer erst gucken, ob die hier passt und wenn die nicht passt, dann drehst du einen um. Und dann schaust du, ob sie... So wie bei Schnipp-Schnapp? Ähnlich wie bei Schnipp-Schnapp, genau. Und stopp. Und nach der 10 kommt aber wieder die 1. Das heißt, deine 1 passt auf meine 10. Jetzt darfst du wieder eine umdrehen. Können wir auch mal Schnipp-Schnapp spielen? Na klar können wir auch mal Schnipp-Schnapp spielen. So, und dann schaust du, welche Karte hier ist. Eine 7. Die 7 passt nicht auf die 4, denn da passen 3 und 5. Und bei Mama passt es auch nicht. Da würde eine 10 draufpassen oder eine 2. Also legst du es vor dir ab. Stopp. Und das erste guckst du mal, ob die passt. Und die Mitte geht immer vor. Also wenn bei Mama oder bei der Mitte es gehen würde, willst du meine... So, meine 1 passt nicht, meine 6 passt auf deine 7. Ne, 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 bis ich fertig bin. Meine 1 passt nicht. Du bist dran. Passt nicht. Passt nicht. Wenn du es da hinlegst und es hätte doch gepasst, dann klopfe ich ihn und kriegst du von mir eine Karte. Und du hast ja erst keine Karten mehr und hast gewonnen. Super, genau. 2. Und jetzt machst du weiter. Na. Ja. Weiter. Sagst du auch, was du für eine Zahl hast? 6. Hier 6, genau. Dein eigener zählt nicht, selbst wenn was da draufpassen würde. Ich habe auch eine 6, passt nicht. 7. Passt zwar bei mir, aber das zählt nicht. 6 passt doch zu 7. Das ist aber eine 9, was du da hast. Ja. Guck mal, auf die 4 passt die 5. Stopp, stopp, stopp. Ich bin nochmal dran. Eine 3 passt nicht. Ist dran. 10. 10. Lass dich. 8. Noch nicht. 10. Oh, auf deine 8 passt meine 9. Stopp, 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 stopp. Ich bin immer noch dran, bis es nicht mehr funktioniert. Und dann kommt erst mal die 10 von mir. Die 8 passt nirgends, also nehme ich mir eine Karte. Die 3 geht nicht so. Und dann, wenn ich hier abgelegt habe, dann bin ich fertig. Eine 5. Ja. 6. 6. Ja, und das tut mir nicht. Und jetzt eine 9. Passt nicht. Du bist dran. Passt nicht. Eine, stopp, stopp, stopp. Eine 6. Eine 5. Eine 4. Ich bin immer noch dran, Fräulein. Meine 2 passt nicht. Also, na, 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 drehe ich meine Karten um. Passt nicht. So, jetzt bist du dran. Ja. Du bist dran. Ja. Nee, die 5 passt nicht auf die 3. Was passt da drauf? 2. Oh, na, 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 na. Jetzt bin ich dran. Passt nicht. Ja, aber du hast hier noch Karten. Jetzt guckst du erst mal die obere, die 5. Genau, die passt. Stopp, die 8. Passt nicht. Also, alle umdrehen. Aber nicht mischen, sondern nur umdrehen. Das geht schon wieder nicht. Ja, die sind noch so neu, dass die Karten noch so rutschig sind. Unser altes Negritte war schon so abgegriffen. Und das hier ist da. Und das hier ist unser altes Negritte. Jetzt darfst du wieder neu anfangen. Hast du die? Na, okay. Na, jetzt bist du wieder dran. Wie viele Zeilen sind da noch? Ich hoffe, wenn ich auf die Kamera gucken. Na, 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 na. Erst hier. Das geht immer wieder hin. Das ist noch so. Oh, jetzt. Wieder ein und drehen. Genau. Die ist dran. Ja, die 6. Genau. Jetzt kommt die 6. 7. Stopp, ich bin dran. Nee, auf die 7 passt eine 6 oder eine 8. Und das ist eine 9. Schau mal, auf welcher Seite der Punkt ist von der Zahl. So, ich bin dran. Legst du deine 9 ab? Ja. Vor dir bitte? Ja. Meine 2 passen nicht, also habe ich eine gezogen und eine 1, die passen nicht. Du bist dran. Ein 6. Eine 7. Eine 3. Eine 10. Eine 8. Stopp, 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 stopp. Ich bin mal dran. Eine 3. Eine 5. Eine 9. Ja, die passen nicht. Stopp, stopp, stopp. Erst mal hier gucken. Ja, 8. Vier mal. Weiter. Ja. Zwei. Gibt's dran? Ich hab gelesen. Ich hab gelesen. Ja. Ja. Und ein. Zwei. Passt nicht. So, gut dran. Das ist da. Nein, noch eine. Ja, prima. Passt. Ja. ok meine 2 passen nicht, dreh ich um. na du lässt noch liegen. 10. jetzt kannst du gucken, 8 passen nicht. eine andere. ja. und eine 4. eine 1. ja. mein 10 ist gerade weg. die ganze sammlung 1. stopp. ich bin dran. so meine 1 passt bei dir. stopp. na 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 na. ich bin immer noch dran. eine 1. eine 3. stopp. liegen lassen. ich bin erst mal dran. 10. jetzt kannst du umdrehen. 8. passt nicht drauf. was hast du da? hier. da 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 gucken. super. noch eine umdrehen? yeah. 5. nicht? haha. 2. warte. stopp. stopp. so. meine 2 passen nicht drauf. also dreh ich mein stopp. na. ich bin dran. äh. eine 3. haha. nee. stopp. stopp. nur noch eine 3. so. na. du passt die 1 hin. nee. guck mal hier. in der mitte. normalerweise müsst ihr jetzt klopfen und ihr eine geben. aber wir spielen es jetzt zum ersten mal. 4. ach quatsch. du durftest ja erst mal noch ziehen, ne? ja. dreh mal um. 8. und Mist. das hätte so schön gepasst. meine 4 auf deine 3. so. jetzt. wieder umdrehen. wieder umdrehen. und? muss man anfangen. nee. du darfst sie nicht vertauschen. ach so. die 8. die war die letzte. so. jetzt gehts wieder los. mal 5. okay. oh. nur 2. Moment. die 5. fast nicht. aber ich darf ja noch eine ziehen. die 3. die 4. die 5. geschafft. du bist der Esel. du hast verloren. ja. und? und?